In diesem Film lernen Sie, warum Sie Formeln kopieren und nicht einzeln und von Hand erstellen sollten und wie Sie dabei am besten vorgehen. Im vorangehenden Film haben Sie gelernt, wie Sie diese Formel zur Berechnung des Gesamtpreises erstellen. Weil die Formel Zelladressen statt Konstanten verwendet, aktualisiert Excel das Ergebnis automatisch, sobald sich der Wert einer Bezugszelle ändert. Zur Erinnerung noch einmal das erste Beispiel. Sie ändern den Wert in Zelle A2 und Excel aktualisiert automatisch das Ergebnis. Die Verwendung von Zelladressen ist auch der Schlüssel für das Kopieren von Formeln. So berechnen Sie die fehlenden Gesamtpreise in Spalte C. Die erste Formel, die Kopiervorlage, wenn Sie so wollen, erstellen Sie wie gezeigt von Hand. Aber nur die erste. Ab dann wird kopiert. Klicken Sie dazu in die Zelle mit der Formel. Zeigen Sie mit der Maus exakt auf das sogenannte Autoausfüllkästchen an der rechten unteren Zellecke. Sobald das schwarze Fadenkreuz erscheint, haben Sie es im Visier. Zeigen Sie jedoch in oder neben die Zelle bzw. genau auf den Zellrand zielen Sie daneben und es passieren Dinge, die Sie nicht wollen. Also genau auf die rechte untere Ecke zielen, bis das Fadenkreuz erscheint. Mit gedrückter linker Maustaste ziehen Sie jetzt nach unten. Sobald Sie das Ziel erreicht haben, lassen Sie die Maustaste los und schon hat Excel die Formel kopiert und alle Ergebnisse berechnet. Weiter geht's. Weil Sie diese Woche in Gönnerlaune sind, geben Sie 5% Rabatt auf alles. Also, Ergebniszelle anklicken, Formel eingeben. Ist gleich C2 geteilt durch 100 und das Ganze mal 5. Halt! Das wäre zwar eine von mehreren möglichen Berechnungsvarianten, aber Excel versteht auch folgende Schreibweise. Ist gleich C2 mal 5%. Mit einem Klick auf das Häkchen berechnet Excel das Ergebnis. Jetzt nehmen Sie das Autoausfüllkästchen ins Visier und kopieren die Formel nach unten. Zur Berechnung des Endpreises ziehen Sie den Rabatt vom bisherigen Preis ab. Die Formel lautet also, ist gleich C2 minus D2. Autoausfüllkästchen packen, ziehen, fertig. An Pictures alguien Arte того, hier auf stitching sich Lantern place aufoparden die Formelko-, Tacels such zu haben.